Musik Hallo, ich bin die Hanna. Hallo, ich bin der Max. Heute bin ich hier mit meinem Bruder, um das neue Mutter-Kind-Zentrum anzuschauen. Und wir sind jetzt sehr gespannt, was es hier alles zum Segen gibt. Was ist das Besondere am Mutter-Kind-Zentrum? Also das Besondere an unserem Mutter-Kind-Zentrum, an unserer Kinderklinik hier in Augsburg ist, dass wir ganz viel Nähe hier im Gebäude haben. Wir haben viele Elternaufenthaltsbereiche direkt an den Stationen. Wir haben eine Lounge für Mütter. Es dürfen auch Papas mit übernachten. Wir haben eben Übernachtungsmöglichkeiten. Wir haben Spielzimmer. Wir haben hier Erzieherinnen in einem eigenen Patientenkindergarten. Wir haben Elternküchen. Also alles, was man braucht, dass Mama, Papa ganz nah an den kranken Kindern sein können. Wie viele Menschen arbeiten hier? An der Kinderklinik und dem Mutter-Kind-Zentrum arbeiten über 500 Menschen. Sowohl Kinderärztinnen und Kinderärzte als auch Geburtshelfer, Pflege und ganz viele Menschen außenrum, die auch zur großen Familie dazugehören. Als wir vorhin hier reingelaufen sind, haben wir einen Bildschirm gesehen. Was kann man darauf genau sehen? Der Bildschirm gehört zu einem Ultraschallgerät. Die Mamis kommen in der Schwangerschaft einige Male vorher schon zu einer Ultraschalluntersuchung. Wir machen spezielle Untersuchungen und untersuchen das Baby auf Besonderheiten. Ob es gesund ist, ob es sich richtig entwickelt, wie es dem Baby geht. Der Bildschirm ist, ob es sich richtig entwickelt, wie es dem Baby geht. Werden alle Babys untersucht, wenn sie geboren sind? Ja, nach der Geburt werden alle Kinder vom Kinderarzt untersucht. Der heucht sie ab und schaut an, ob alles dran ist und ob alles in Ordnung ist. Und dann macht er am dritten Lebenstag nochmal eine Vorsorgeuntersuchung, auch bei allen Kindern. Und wenn irgendwas dazwischen ist, dann auch. Was macht er eigentlich, wenn das Baby zu früh kommt oder krank ist? Also frühgeborene Babys und auch kranke Neugeborene, die werden auf eine spezielle Station hier in der Klinik verlegt. Zum Beispiel die Station, auf der wir jetzt gerade stehen. Das ist die frühgeborene Intensivstation. Und da werden sie von einem ganzen Team von Ärzten und Schwestern versorgt. Aber die Mamas und die Papas können auch jederzeit 24 Stunden zu ihren Kindern hin. Hier im Mutter-Kind-Zentrum war es sehr interessant und wir haben viel gelernt. Und es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Tschüss!